und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freund des gepflegten klemmbausteinbaus heute habe ich mal wieder einen richtigen diamanten für euch so hoffe ich zumindest aber unabhängig davon ob sich das bewahrheitet oder nicht ist das set auf jeden fall schon mal in der diamond block größe und zwar ist es von weisshock die 2468 die great wall build that wall build that wall aus der gift series mit 1719 teilen wie gesagt in diamond block größe dieses set bekommt man momentan am günstigsten auf ebay und dort für um die 15 bis maximal 20 euro neu für das set und um die 10 euro gebraucht auf den seiten der verpackung finden wir nichts interessantes deshalb kommen wir direkt zur rückseite hier sehen wir unter anderem die maße des sets und zwar wird das ganze am ende 204 mm breit und um die 105 mm hoch und wir haben hier auch noch mal eine einleitung und diese einleitung schätze ich bei diesen gift series sets von weisshock denn hier haben wir auch wenn es leider nur englisch ist noch mal etwas zur geschichte von dem vorbild was hier gebaut wird in diesem fall eben zur chinesischen mauer das könnt ihr euch auch gerne durchlesen wenn euch das ganze interessieren sollte ich finde es immer toll wenn auf das vorbild auch noch einmal eingegangen wird und ein wenig wissen vermittelt wird spannender wird es natürlich trotzdem erst wenn wir das ganze öffnen und dementsprechend mache ich das ganze jetzt auf und wir schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an und weisshock zeigt auch gleich mal wie ich mir den füllstand von kisten immer wünschen würde und hier seht ihr auch schon mal einmal die plates und die steine tüten über die steine qualität reden wir natürlich wie immer während des baus und dann finden wir natürlich noch die anleitung die hat den versand aber leider nicht allzu gut überstanden daran haben wir auch direkt die teile liste und wir sehen auch direkt dass das ganze wieder so ist wie wir das schon von den diamond blocks gewöhnt sind es wird komplett ausgegraut was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt wir sehen immer die gesamte grundfläche und bauen jeweils eine ebene und insgesamt haben wir dann 52 bauschritte auf 30 seiten verteilt es geht hier also auch diamond block typisch wieder pro bauschritt ganz schön fix voran ich habe ja wirklich lange nichts mehr an diamond block größe gebaut und dementsprechend freue ich mich umso mehr darauf deshalb fange ich jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns dann gleich nach den ersten wichtigen bauschritten wieder und wir sehen uns das erste mal nach 15 bauschritten wieder und ich muss gestehen bisher ist es so niemand hat die absicht eine maut zu errichten ja wir haben bisher wirklich nur die grundstruktur mit den hügeln gebaut und ihr könnt mir glauben das war nicht allzu abwechslungsreich was man aber jetzt schon festhalten kann das ganze ist unglaublich stabil das kann man überall anfassen ohne dass hier irgendetwas auseinander fällt also da passiert gar nichts und es sieht zumindest für die grundstruktur so viel kann man da ja noch nicht einschätzen schon einmal vielversprechend aus wenn man sich jetzt vorstellt dass ja hier noch die mauer drauf gebaut wird ich habe das ganze bis hierhin im stream von let's break gebaut und wer dabei war hat mich öfter mal hören sagen dass ich echt keinen spaß an diesem set habe und das liegt nicht daran dass es diamondblocks sind sondern man hat natürlich sehr viele gleiche farben und meistens sucht man irgendwelche grünen steine heraus das ist ja auch nicht verwunderlich bei diesem set das problem ist dass man aber in dieser anleitung unglaubliche probleme hat zu erkennen welcher stein überhaupt verbaut werden muss weil die schwarzen umrandungen der steine nicht gerade die auffälligsten sind und gerade bei längerem auf die anleitung schauen sehr sehr schnell verschwimmen so dass man dann den falschen stein wählt und das ganze wird natürlich nicht einfacher wenn dann noch fehler in der anleitung sind wie zum beispiel in bauschritt 15 wo man hier eine plate verbaut und diese plate wird hier in der anleitung so dargestellt als wäre sie in der gleichen höhe wie die zwei plates davor aber pustekuchen diese plate ist eine plate höhe niedriger und dann sucht man sich hier dumm und dämlich wo man selber den fehler gemacht hat um dann am ende festzustellen dass man gar keinen fehler gemacht hat sondern die anleitung falsch ist und das hat mir dann leider beim bau den spaß genommen ich habe aber die ganze zeit darauf gehofft dass es ja jetzt besser wird wenn die mauer kommt und dann habe ich gesehen dass das ganze wohl nicht die spannendste angelegenheit wird denn jetzt bauen wir einfach 37 mal dasselbe und vier mal noch einmal ein sehr ähnliches konstrukt also das wird nicht gerade der riesen bauspaß aber okay das ist eben so wenn man so ein set wählt bisher würde ich dieses erlebnis also als eher durch wachsen bezeichnen ich hoffe natürlich dass es jetzt besser wird auch wenn es sehr repetitiv werden wird und wir sehen uns dann gleich wenn die mauer steht und damit steht auch die mauer zumindest schon mal fertig da was noch fehlt ist ein wenig grün in der landschaft und damit meine ich nicht das gras und ich muss zugeben ich hatte öfter mal während des baus das gefühl ich will nicht mehr ich kann nicht mehr ich halte das alles nicht mehr aus ich gebe euch aber auf jeden fall den tipp und der hat mir dann echt noch ein wenig über die runden geholfen diese türme hier werden genauso wie die mauer elemente einzeln für sich gebaut und dann nur noch aufgesteckt und ich habe dann während ich die mauer elemente so monotum runter gerattert habe immer mal einen turm hier dazwischen geschoben und damit mir die zeit ein wenig versüßt auch wenn das ehrlich gesagt in etwas schwacher trost war immerhin könnte man hier aber die steine voneinander unterscheiden der große trost kam dann aber zumindest für mich die steine qualität für diamond block verhältnisse wirklich gut als alle türme und alle mauer elemente standen und ich dann hier nach und nach das ganze aufgebaut habe und so ziemlich schnell die mauer hochgezogen wurde das hat dann wieder etwas spaß gemacht wobei ich mich dann aber fache ob das die drei bis dreieinhalb stunden davor wettmachen kann und ich muss für mich sagen nein das kann es nicht wirklich immerhin ist aber bei diesem set die steinequalität für diamond block verhältnisse wirklich gut zumindest vom verbauen lassen die sich wirklich weich verbauen also da schmerzen einem nicht die fingerkuppen wie das bei manchen diamond blocks der fall ist und trotzdem haben wir eine hohe klemmkraft so dass auch hier immer noch mal das z wirklich überall hochheben kann und hier nichts auseinander oder abfällt jetzt wird das ganze wie gesagt noch begrünt und dann reden wir über die optik und wenn ich mir die seite von dem begrünen anschaue auf die gefahr mich zu wiederholen ich will nicht mehr ich will nicht mehr ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich habe die nase voll aber wird schon schief gehen ich stürze mich da rein und wir sehen uns gleich mit dem fertigen set wieder und nach 51 bauschritten ist die great wall auch mit allen bäumen drum herum gebaut und ihr habt schon in den zwischenbauschritten gehört dass der bau echt keinen spaß gemacht hat und man soll ja hier eigentlich echt 39 mal genau denselben baum bauen und da drauf bauen und das habe ich nicht gemacht erstens weil es natürlich auch wieder sehr monotorm gewesen wäre und auch weil es für mich keinen sinn gemacht hätte wenn hier jeder baum gleich groß ist und gleich gebaut ist und dementsprechend habe ich hier ein wenig varianz reingebracht mal habe ich zwei blätterteile genommen mal vier mal drei mal habe ich zwei stammteile genommen mal drei um hier einfach kleine verschiedene bäumchen drauf zu bauen und dann war es auf jeden fall ertragbarer als wenn man hier wirklich stupide 39 mal denselben baum drauf gebaut hätte und nachdem ich ja in den zwischenbauschritten leider hier schon einiges an kritik loswerden musste die das bauerlebnis betroffen hat kommt es jetzt natürlich darauf an ob das set aussehensmäßig den bau wert war denn wie gesagt bauspaß kommt hier nicht auf und das wird schon für einige ein ausschlusskriterium sein und dass das jetzt bei mir nicht an den diamond blocks per se liegt zeigen ja auch die belody hunde die ich gebaut habe und an denen hatte ich sehr viel spaß obwohl dort auch einiges schief gelaufen ist denn zumindest haben wir in diesem set keine ein noppen technik wo wir irgendwie an einer noppe dann fünf oder sechs steine und noch mehr befestigen sollen das ist uns hier erspart geblieben und trotzdem hatte ich mit diesen belody sets viel viel mehr spaß als mit diesem set und die teileanzahl ist dort echt gut vergleichbar denn dieses set hat damit angefangen dass die anleitung nicht gut war und damit den bau schon von anfang an vergiftet hat dann soll man nacheinander die ganzen wiederholungen bauen die auch keinen bauspaß bringen und dann hat man am ende dieses ergebnis und auch wenn mir das set am ende ganz gut gefällt aussehensmäßig muss ich sagen für mich ist das die bauerfahrung nicht wert denn wie schon der ganze bau ist auch die optik des sets leider am ende einfach langweilig und wenn man jetzt auf ganz realitätsnah und spaßbefreite architektur stehen sollte dann ist es dafür leider zu grob der vollständigkeit habe will ich noch gesagt haben es gibt auch einiges an ersatzteilen man kann hier also zumindest auch dinge umbauen die einem nicht gefallen das ist ja bei den diamond block sets schon fast standard aber für mich ist das seit wirklich langer zeit mal wieder ein set dem ich nichts abgewinnen konnte von keiner seite und von denen mich dann auch nicht das endprodukt überzeugt und deshalb gibt es leider für dieses set keine kaufempfehlung und ich würde euch generell davon abraten denn weder der bau noch das set ergebnis am ende hat mich überzeugt das finde ich immer sehr schade und umso mehr würde es mich interessieren wie ihr das wahrgenommen habt wenn ihr dieses set selber besitzt also schreibt da gerne auch eure erfahrungen und eure meinung in die kommentare und wenn euch das video trotz meiner etwas wegen dem set gedämpften stimmung gefallen hat dann lasst wie immer gerne einen daumen nach oben und ein abo da man zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag und hoffentlich mehr spaß mit euren sets haut rein euer valleybrick